hallo liebe community da mir die letzte folge mit euch so viel spaß gemacht hat dachte ich mich veranstalten q&a und die ersten fragen sind auch schon reingekommen schauen wir einfach mal weiß ich nicht 5 jetzt noch ein wort von unserem sponsoren ich werde jetzt gesponsert von weinhaus die stellen weingläser her ja